Erst Equalizer und dann Kompressor? Oder erst Kompressor und dann Equalizer? Das ist wohl die Frage aller Fragen. Wenn du dich dafür interessierst, wie ich es handhabe und wissen willst, was es mit dem traditionellen Adventskalender auf sich hat im Recording-Blog, dann bist du hier wie immer goldrichtig. Ich bin Jonas vom Recording-Blog und los geht's! Adventskalender! Präsentiert von Monkey Banana. Storia Mastering. GhostHack.de Tag und schön, dass du wieder eingeschaltet hast zu einem weiteren Video im Recording-Blog und zum ersten Kläppchen im brandneuen Adventskalender 2021. Schön, dass du zu uns gefunden hast und dass du auch wieder Lust hast, dieses Jahr mit dabei zu sein. Denn auch dieses Jahr gibt es wieder 24 Mal hintereinander jeden Tag eine kleine Dosis Adventskalender-Recording-Blog-Video mit Tipps, Tricks, mit Produktvergleichen, mit allem, was du dir wieder vorstellen kannst. Also jeden Tag bekommst du eine kleine Dosis hier von mir serviert, frisch in deinen YouTube-Account. Und falls du da nichts verpassen möchtest, ist das jetzt gerade die beste Gelegenheit, auf den Abo-Knopf zu drücken und daneben die Glocke nicht zu vergessen. Denn dann kriegst du immer auch einen Hinweis. Also wenn du da auf alle Benachrichtigungen klickst, dass du dann immer einen Hinweis kriegst, wann das brandneue Video im Adventskalender rauskommt. Und es gibt ja auch dieses Jahr wieder einiges zu gewinnen. Wie du hier siehst, habe ich einiges aufgebaut. Ich konnte wieder einige große Hersteller davon überzeugen, uns zu unterstützen hier im Recording-Blog Adventskalender, was mir eine große Freude ist. Und ich sage dir mal kurz, was tatsächlich dabei ist. Wir haben ein Großmembran-Mikrofon von Monkey Banana, das Manga Bay. Ein Röhren-Großmembran-Mikrofon, muss man wirklich dazu sagen. Tolles Ding, werden wir im Adventskalender auf jeden Fall noch sehen und hören. Wir haben den traditionellen Kopfhörer von Sennheiser, den HD25, den ich schon seit auch mittlerweile über 25 Jahren benutze. Also klasse Teil, mit dem man ein echtes Arbeitstier auf jeden Fall. Dann haben wir hier Bücher vom MITP-Verlag zum Thema Podcasting. Kein Thema ist wahrscheinlich brandaktueller in der Pandemie gewesen als Podcasts. Und dann hier einer der, kann man Hauptgewinne sagen, das sind ja alles irgendwie Hauptgewinne, aber einer der größeren Preise, das Volt 276 Audio Interface von Universal Audio. Wunderbares Ding, habe ich neulich mal ein Video zugemacht. Falls du das verpasst haben solltest, kannst du das hier oben nochmal anklicken. Außerdem haben wir hier von unserem Hauptpräsentator hier auf der Seite, siehst du es, noch drei Essential Bundles vom GhostHack.de. GhostHack.de, deine Samples, deine Samples, schwieriges Wort, deine Sampleschmiede hier aus Deutschland. Und da kannst du drei Essential Bundles gewinnen, damit deine Musik demnächst sofort richtig gut klingt und dafür sorgen kannst, dass du den perfekten Sound für deine Musik hinkriegst. Ich persönlich lege noch zwei DAW-Verstehertassen obendrauf, mit denen du dann direkt deinen Kaffee morgens genießen kannst und an deine vergangene Nacht denken kannst, zumindest wenn du sie mit Musik verbracht hast und mit Musik abmischen. Und wenn du dich fragen solltest, wie diese Tasse hier dazwischen gerutscht ist, die Einfach-Nähen-Tasse, das ist eine Inspiration, denn meine Frau, meine Lieblingsfrau, die liebe Anna, betreibt Einfach-Nähen.de und falls deine Frau auch nähen sollte oder gerne näht, dann ist das vielleicht als Inspiration zu verstehen, für dich doch mal auf Einfach-Nähen.de nachzuschauen, ob du da vielleicht ein Weihnachtsgeschenk für sie findest. Nur ein kleiner Tipp von mir und kleine Sache im Bereich Eigenwerbung, nennen wir das mal, wenn es ja in der Familie bleibt, auf jeden Fall. Wie kannst du teilnehmen am Gewinnspiel? Ganz einfach, indem du unter einem der Videos einen Kommentar schreibst. 24 Videos kannst du 24 Kommentare schreiben und dann ist natürlich deine Gewinnchance auch ein bisschen höher, wenn du unter jedem Video einen Kommentar schreibst. Falls du auf die Idee kommen solltest, unter jedem Video 50 Kommentare zu schreiben, kann ich dir jetzt schon versichern, dass sich die Mühe nicht lohnt, denn unter jedem Video zählt in der Verlosung am 29. Dezember dann nur ein Kommentar. Du erhöhst also deine Gewinnchancen zwar durch einen Kommentar unter jedem Video, aber nicht mit mehreren Kommentaren unter jedem Video. Die Mühe kannst du dir also auf jeden Fall sparen. Und Auflösung und auch Einsendeschluss, Mitmachschluss, müsste man glaube ich sagen, ist der 29. Dezember um 20.30 Uhr. Warum? Weil am 29. Dezember dann der große Livestream stattfindet, auch wieder traditionell zwischen den Tagen, wo wir dann hier im Prinzip das Verlosungsspiel, das Gewinnspiel auflösen und ich die glücklichen Gewinner dann jeweils bedenke mit dem ein oder anderen Gewinn. Also auf jeden Fall einiges dabei. Es lohnt sich auf jeden Fall dabei zu sein. Und jetzt schauen wir aber nochmal auf die Frage, die ich gerade aufgeworfen habe. Erst Equalizer und dann Kompressor oder erst Kompressor und dann Equalizer? Ich handhabe es wie folgt. Ich mache beides. Und zwar mit Blick auf die Funktion des Equalizers. Der Equalizer ist für mich hier entscheidend, denn ich benutze Equalizer aus zwei Gründen. Einmal zum Reparieren und einmal, um damit den Sound zu färben. Den Reparatur-Equalizer benutze ich grundsätzlich vor dem Kompressor, damit ich nämlich, bevor das Signal in den Kompressor reingeht, schon Reparaturen durchgeführt habe, wie störende Resonanzen rausgelöscht, vielleicht mit einem Low-Cut rumpelnde Frequenzen unterhalb einer gewissen Grenzfrequenz weggeschnitten oder vielleicht in den Mitten störende Signale etwas breitbandiger abgesenkt. All diese Absenkungen, all diese Reparaturen führe ich vor dem Kompressor durch, damit ich dann mit einem weitgehend guten Signal in den Kompressor reingehen kann. Danach benutze ich dann einen weiteren Equalizer, mit dem ich dann quasi das Signal schön färbe und so forme, wie ich es haben möchte. Grund ist, dass ich bei dem ersten Equalizer normalerweise nur absenke, also den Pegel des Signals nicht großartig verändere, also schon durch Absenkung ein bisschen verändere, aber vor allem nichts dazugebe. Denn wenn ich danach den Kompressor habe und vorher mit dem Equalizer-Signal drauflege, also vielleicht eine Frequenz booste und das Signal damit lauter mache, verändere ich das Reaktionsverhalten meines Kompressors. Das heißt, wenn ich was reindrehe, dann reagiert vielleicht der Kompressor früher, reagiert anders, als ich das gewollt habe. Und so kann ich dann sicherstellen, dass ich mit den Absenkungen in dem ersten Equalizer eben nicht das Grundverhalten meines Kompressors ändere, zumindest nicht zum Negativen. Das heißt, erst Equalizer zum Reparieren, dann Kompressor, um das Ganze zu komprimieren, manchmal auch zwei oder drei Kompressoren, je nachdem, was man vorhat. Und dann ein Equalizer, um das Ganze vielleicht nochmal ein bisschen schön zu färben, ein bisschen Charakter reinzubringen und so weiter, wie ein Pultik-Equalizer zum Beispiel. Aber das ist die Reihenfolge, wie ich sie verwende. Also ist die Antwort dieses Mal leider beides oder zum Glück beides. Es ist ja alles erlaubt. Alles ist erlaubt, was gut klingt. Und deswegen gibt es für dich vielleicht auch den einen oder anderen Weg, wie du damit umgehst. Und wenn du magst, schreib es doch mal unten in die Kommentare. Dann hast du nämlich A, am Gewinnspiel teilgenommen und B, können wir von dir noch lernen, wie du es denn gerne handhabst. Ich wünsche dir jetzt viel Spaß bei den weiteren Videos im Adventskalender. Wir sehen uns morgen wieder und bis dahin, hab eine gute Zeit, mach's gut und Yassu!